Leopold Stephan Karl Anton Gustav Eduard Tassilo von Hohensollern war von 1885 bis zu seinem Todefürst von Hohensollern. Er gilt als Schachfigur der großen Politik. Im Jahr 1870 drängte Bismarck ihn dazu, sich als Anwärter für die damalige spanische Thronfolge zur Verfügung zu stellen. Schon bald trat Leopold von seiner Kandidatur wieder zurück, da Frankreich mit Krieg drohte. Dennoch wurde daraus der Anlass für den deutsch-französischen Krieg leben. Leopold war der älteste Sohn des Fürsten Karl Anton von Hohensollern aus dessen Ehe mit Josefine von Baden. Tochter des Großherzogs Karl von Baden, sein jüngerer Bruder wurde 1881 als Karoli, König von Rumänien. Leopold nahm als preußischer Offizier am deutschen Krieg teil. Leopold heiratete am 12. September 1861 in Lissabon Antonia Maria von Portugal, Tochter des portugiesischen Königspaares Maria II. Da Gloria und Ferdinand II. 1868 hatten Militärs in der Revolution in Spanien Königin Isabella II. abgesetzt. Seitdem suchten die Spanier in den europäischen Fürstenhäusern nach einem Anwärter, den das Parlament zum König wählen könnte. Der portugiesischen Titular König Ferdinand II., der selbst ablehnte, verwies auf seinen Schwiegersinn. Zunächst lehnte Leopold ab, doch er suchte die spanische Regierung Preußen entsprechend auf Leopold einzuwirken. Dieses Angebot wurde nun vom preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck unterstützt, der es vorher als Familienangelegenheit abgetan hatte. Vom französischen Kaiser Napoleon III. wurde die Kandidatur Leopolds jedoch abgelehnt. Leopold, der über seine Großmutter Stefanie Debe-Auhanaisch indirekt enger mit den Bonaparte verwandt war als mit den preußischen Hohensollern, schrieb an König Wilhelm I., »Ich bin bis in die innerste Faser meines Herzens Preuße und Deutscher«. Nach der Annahme des Angebots durch Leopold am 2. Juli 1870 erklärte kurz darauf Leopolds Vater, Fürst Karl Anton, für seinen Sohn dessen Verzicht auf den spanischen Thron. Dennoch kam es insbesondere durch die in deutschen Landen nicht akzeptierte Forderung der französischen Regierung. Deutsche sollten auf immer auf eine Thronkandidatur in Spanien verzichten, zum deutsch-französischen Krieg. Am 18. Januar 1871 nahm er an der Kaiserproklamation in Versailles teil. Im Jahr 1885 folgte Leopold seinem Vater als Fürst von Hohensollern. Er machte sich nach dem Brand des Schlosses Siegmaringen 1893 um dessen Wiederaufbau verdient. Ehe und Nachkommen Mit Antonia Maria hatte er folgende Kinder. Wilhelm, Fürst von Hohensollern, Lemniskate I., 1889, Prinzessin Maria Theresia von Neapel und beider Sizilien. Lemniskate II., 1915, Prinzessin Adelgunde von Bayern, Ferdinand I., König von Rumänien, Lemniskate II., 1893, Prinzessin Marie von Großbritannien, Karl Landon.